Wir nutzen die Searchmetrics Suite vor allem, um strukturierte Keyword-Analysen zu machen und wir erfragen mit Hilfe von Searchmetrics eine große Anzahl an Keyword-Sets ab, um die Rankings zu ermitteln und um strukturelle Änderungen herauszufinden. Ich nutze die Searchmetrics Suite immer dann, wenn es um internationale Daten geht, dann immer ich einen KPI habe, den ich dann auch in ganz vielen verschiedenen Ländern vergleichen möchte. Wir brauchen gute Daten für alle Länder. Das ist quasi die Internationalität der... Die Internationalität ist ganz klar ein Thema für uns, ja. Voodoo ist eine deutsche Gründung und wurde 2010 von Kayak gekauft und zu uns gehört auch noch Jack Felix, die Österreicher werden das mehr kennen. Jack Felix ist seit 2011 Teil von Kayak und hauptsächlich in Österreich tätig. Was wir machen ist, dass wir einen einzelnen Term beobachten zum Beispiel und dann sehen, dass die Änderung in der Struktur der Webseite, die diesen Term enthält, dann nicht nur auf genau diese URL eine Änderung verursacht, sondern dann seitenweit Änderungen verursacht. Und das können wir mit Hilfe der Suite natürlich ganz toll beobachten. In diesem Fall gibt es einfach gar nicht so viele Alternativen. Also die Suite ist da für große Unternehmen, die sehr viele Länder abdecken wollen, weltweit. In diesem Fall einfach konkurrenzlos. Deswegen gibt es da keine Alternative. Diese Analyse, die wir jetzt mit euch machen, dass wir mehr als 10.000 Keyword-Kombinationen beobachten, das ist eine Analyse, die wir mit keinem anderen Tool machen können.